Du kannst dafür sorgen, dass du vor der Kamera nicht mehr unglaublich aufgeregt bist, sondern sich alles locker, leicht und easy anfühlt und du dadurch natürlich sogar viel leichter Rollen bekommst, weil du eine viel schönere Ausstrahlung hast. Ich selbst war früher bei Castings, Auftritten vor der Kamera und so weiter sehr nervös. Und ich habe gedacht, dass das eigentlich normal ist und dazugehört. Das Ding ist aber, dass es anstrengend für den Körper ist, wenn es mehr ist als eine ganz leichte Grundaufregungsenergie, denn oft sind wir in einer totalen Anspannung, wir funktionieren viel schlechter, wir können nicht so gut atmen und so weiter. Das Schöne ist aber, dass es eben anders geht. Das Schöne ist, wenn du locker, leicht und authentisch bist, lernt der Caster dich auf Augenhöhe kennen. Ihr könnt viel besser in Gespräch gehen, du spielst viel besser, du bist viel durchlässiger, du kommst in Flow, du bist richtig präsent und so weiter. Wir arbeiten jetzt seit Jahren mit Schauspielern, Quereinsteigern und Einsteigern, die ganz neu in der Branche sind. Und glaubt mir, der Großteil hatte früher oder später mal Lampenfieber. Es gibt bestimmte Dinge, die du dann tun kannst und die wir mit unseren Teilnehmern getan haben und daher auch wissen, dass sie funktionieren. Ein Schritt, den du schon lange vor dem Casting machen kannst, ist, deine gesamte Ernährung und Lebensweise zu optimieren. Wenn du, sag ich mal, nicht sieben Kaffee am Tag trinkst, wenn du nicht ständig Zucker isst, wenn du viel Sport machst, vielleicht meditierst, Yoga. Also alles, was deinem Körper und deinem, ja, auch deinem Geist gut tut, wird dir dabei guttun oder dabei helfen, in Stresssituationen dann auch entspannt zu bleiben. Also umso entspannter und gesünder du im gesamten Leben bist, umso eher bist du natürlich auch in Stresssituationen. Das heißt, das ist ein Punkt, wo du daran arbeiten kannst. Deine Lebensweise, deine Ernährung, wie viel bewegst du dich und so weiter. Dann, das ist auch eine Arbeit, die du außerhalb des Castings tun solltest und meiner Meinung nach das Allerwichtigste ist zu schauen, wo kommen meine Ängste her und wie kann ich die annehmen. Zu oft sind wir so, ich will da nichts von wissen, Nervosität ist blöd, Lampenfieber ist blöd und wir versuchen, das wegzublocken, davon wird es aber schlimmer. Wenn wir stattdessen sagen, okay, warum habe ich jetzt vielleicht Angst, negativ bewertet zu werden? Wurde ich irgendwann in der Schule negativ bewertet? Habe ich schief gesungen und die anderen haben gelacht? Oder war ich nicht so sportlich, habe schlechtes Feedback bekommen, was auch immer? Und ich glaube, wir alle haben das früher oder später, weil leider, ich bin da kein Fan von, unser Schulmodell da sehr drauf ausgelegt ist, auf Wertung. Jeder hat schon mal irgendwann gehört, das war nicht gut genug. Und wenn wir uns solche Dinge anschauen oder vielleicht auch ein Elternteil hat gesagt, ey, Schauspiel ist doof, das schaffst du nicht, was auch immer. Wenn wir da mal schauen, was hat mich in meinem Leben verunsichert und da wirklich mal bewusst hinschauen, durch dieses Hinschauen und es annehmen, wie es ist, werden Ängste oft schon verschwinden. Manchmal ist es auch aufwendiger, daran zu arbeiten. Deswegen empfehle ich sowas natürlich mit einem Coach, mit einem Unterstützer zu machen, damit du da einfach besser und leichter durchgehen kannst und die Sachen leichter lösen kannst. Ist aber existenziell wichtig. Also wir neigen dazu, lieber wegzurennen und nicht hinzuschauen, als einfach einmal hinzuschauen. Und es verändert Welten. Ich selbst habe es gemacht. Ich bin heute sehr selten nervös und habe Lampenfieber, auch wenn ich vor hunderten Menschen spreche, weil sich das wirklich, wirklich lohnt. Und dann kannst du natürlich, wenn du deine Ängste angeschaut hast, auch bewusst dein Selbstbewusstsein weiter stärken. Da gibt es so viele Möglichkeiten, Übungen und Tools für. Im Grunde geht es immer darum, dir deines Selbstwertes bewusster zu werden. Was kann ich, wer bin ich, was will ich und warum ist das gut, so wie es ist. Unendlich viele Tools gibt es dafür, Gott sei Dank. Und macht auch großen Spaß, weil das natürlich bereichernd fürs ganze Leben ist. Das waren meine Lieblingsthemen, eigentlich alles, was mentale Arbeit ist, weil ich weiß, es ist das Allerallerwichtigste. Du kannst aber auch körperliche Dinge machen. Du kannst mit Atemtechniken zum Beispiel arbeiten. Ist auch etwas, was ich außerhalb des Castings trainieren würde und dann eben auch im Casting einsetzen. Was zum Beispiel spannend ist, wenn ich Teilnehmer in Workshops trainiere, in mindestens 90, eher 95, 98 Prozent der Fälle, wenn jemand ein Blackout hat, nicht gut spielt, nervös ist, den Text nicht mehr weiß. Es ist fast immer, dass die Person nicht richtig atmet. Weil in Stresssituationen wird hier alles eng. Wir ziehen uns zu, die Atmen und die Energie fließen nicht mehr. Sobald wir einmal bewusst atmen, löst sich das fast immer. Ganz, ganz wichtig, der Atem. Dann gibt es auch, kann ich zum Beispiel auch sehr gut mit arbeiten, körperliche Lockerungsübungen. Das kann sein, dass du dich ausgiebig bewegst, dass du tanzt, dass du dich wirklich dehnst und lockerst. Gibt es super viele Möglichkeiten für auch ganz, ganz, ganz viele Tools und Übungen, die enorm helfen, weil wir über den Körper auch die Psyche verändern können. Wenn wir die körperliche Anspannung lösen, lösen wir ganz oft auch mentale Blockaden und Ängste. Also auch ein großartiges Tool. Letzter Punkt, bevor es hier zu lange wird. Ich finde auch enorm wichtig, einen starken Fokus zu haben. Das heißt, einmal dich vorm Casting zu fokussieren, wirklich energetisch da zu sein, mit deiner Kraft da zu sein und nicht irgendwie halb verschlafen, was auch immer. Und dann aber auch in der Figur, beziehungsweise wenn es nur ein Gespräch ist, fokussiert zu sein auf den Spielpartner, auf die Figur oder eben auf den Caster und nicht auf dich selbst. Also nicht im Sinne von, ja, wirke ich jetzt gut, sondern im Sinne von, hey, wer ist das? Mit wem spreche ich da? Was kann ich dem Spannendes erzählen und was kann ich Spannendes erfahren? Also einen klaren Fokus auf das, was wirklich wichtig ist. Auch da kann man super viel mit arbeiten. Ist auch ein spannendes Schauspiel-Tool, das dir einfach mehr Energie gibt. Bevor ich hier aber jetzt zu lange spreche, komme ich jetzt zu einem tollen Tipp. Lampenfieber wird dich immer wieder aufhalten und dir immer wieder enorm viel Energie rauben. Deswegen kann ich dir dringend empfehlen, tu etwas gegen, beschäftige dich bewusst mit und sorge dafür, dass es ja zu einem sehr angenehmen, ganz leichten, schönen Energiegefühl wird und dir nicht mehr die Kraft raubt. Wenn du Lust hast, daran zu arbeiten, schau gern mal unter unserem Video. Wir haben ein ganzes Programm entwickelt für Einsteiger und Quereinsteiger im Schauspielmarkt. Wir haben auch viele ausgebildete Schauspieler drin, also mit unterschiedlichem Wissensstand. Und wir arbeiten nicht nur in Schauspieler und wie bewerbe ich mich in der Branche, sondern eben auch, wie kann ich selbst so fit, mental, körperlich und energetisch sein, dass ich einfach Rollen kriege. Dazu erfährst du natürlich noch von uns Castern, was Caster sehen wollen. Schau mal gern unter dem Video, schau es dir mal an und wir können gerne einfach in ein kostenloses, unverbindliches Gespräch gehen. Ich freue mich auf dich.